Na schön, jetzt kommt alle mal wieder runter. Wir werden das Geld nicht aus dem Fenster werfen und wir lassen nicht zu, dass es uns verändert. Was redest du? Dieses Geld ist unser Ticket für ein schönes Leben und es beginnt jetzt. Ich habe einen Riesenraum voller Goldmünzen gekauft. Darin werde ich ein Bad nehmen, genau wie Dagobert Duck. Das ist keine Flüssigkeit. Das sind viele Einzelstücke von fester Beschaffenheit, die eine harte, bodenähnliche Oberfläche bilden. Okay, everybody just calm down. We're not going to go crazy spending our winnings and we're not going to let this money change us. What are you talking about? This money is our ticket to the good life. Startin' now. I just bought a giant room full of gold coins and I'm going to dive into it like Scrooge McDuck. It's not a liquid. It's a great many pieces of solid matter that form a hard floor-like surface.